So, da sind wir wieder. Dritter Spieltag. Ihr seht, der Tabellensechste, wir der SV Darmstadt 98 spielen gegen Preußen Münster, die hier so ein bisschen schlechter unterwegs sind als in der Realität. Da sind die im Moment ja ganz oben dabei. Mal schauen, wie das hier so weiterläuft. Vier Punkte zum Einstand. Meiner Meinung nach nicht so schlecht. Schlecht ist aber hier der Anfang des Spiels. Also jetzt 20 Minuten vorbei ist ja noch gar nichts passiert. Ihr seht es vielleicht. Ich habe wieder umgestellt. Ich bin wieder zur Anfangsformation übergegangen. Glanzparade jetzt hier vom Münsteraner Torwart Daniel Masuch. Die Ausstellung, die wir auch die Vorbereitung hindurch vollzogen haben mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Danny Latzer jetzt hinten der Einzige, der im defensiven Mittelfeld da aufräumen muss. Musa Akali sucht hier Markus Stegmann, der den Ball nicht richtig trifft. Bekommt die Kugel doch. Aber der scheitert hier an Masuch. Nächste Möglichkeit. Flanke von Elton Da Costa. Rudi Hübner stand dahinter, dem Abwehrspieler, der aber leider an den Ball kommt. Wir lassen hier aber nicht locker. Das war die Ecke, die erste Ecke des Spiels. Leider ein bisschen zu kurz hier von Da Costa. Kevin Schöneberg, der hat hier den Ball unter Kontrolle. Taylor, der Stürmer, der Münsteraner. Ganz gefährlicher Mann. Bekommt hier Gelb, nachdem er hier Islamoglu abräumt. Gut, wir gehen auf die Halbzeit zu. Nächste Möglichkeit für uns. Da Costa auf Stegmann, der aber leider seinen dicken Arschstellen im Abseits hat. Also leider nichts aus der Chance geworden. Jetzt kommt zum ersten Mal Münster. Das wäre es jetzt gewesen. Kevin Schöneberg, der Rechtsverteidiger. Jetzt wieder wir. Gute Möglichkeit. Klasse. Super, Jungs. Markus Stegmann, den ich gerade noch sehr unsauf beleidigt habe, der will es jetzt hier mir zeigen. Rudi Hübner spaziert über links in den Strafraum. Scharfe Flanke vor das Tor. Stegmann, wie in Manier eines Spitzenstürmers. Hat da keiner mehr Mühe. 1 zu 0. 38. Minute. Wir gehen auch so in die Halbzeit. Super. Wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Ich sage, verlieren werden wir es heute nicht mehr. Bin mal ein bisschen optimistischer hier. Motivieren müssen wir eigentlich, ich denke, hier die beiden Jungs. Laza, Hübner. Auch den Musa Kali, der neu im Spiel wieder ist. Der zweite Offensive. Altona Costa können wir mal loben. Unseren Kapitän und Spielmacher. Und ich denke, Beisel, den Abwehrspieler, können wir auch mal loben. Der war auch nicht so schlecht. Hat auch eine 2,5. Massagen. Das ist nicht mehr so schlimm, konnte ich feststellen, wie das noch in den ersten beiden Spielen war. Da waren ja teilweise wirklich eine ganze Reihe der Jungs, waren hier platt. Hier sieht es besser aus. Wir gehen auch sofort dann in die zweite Halbzeit. Verliehen gar keine Zeit. Alle Spieler warmlaufen. Ähm, ich kann eigentlich sagen, weiter so. Das war ja eigentlich bis hierhin wirklich ein klasse Spiel. Das ist eine Riesenchance in Darmstadt. Darmstadt kontert über Rudi Hübner. Jetzt bin ich gespannt. Musa Kali jetzt frei vor Masuch. Der neue Mann. Was macht er? Ah, er wollte an den Torwart vorbeigehen, aber der hat sich da nicht übertölbeln lassen. Hat das Ding? Schade. Das wäre natürlich jetzt spitzenmäßig gewesen. Sofort nach der Halbzeit hier das Ding nachlegen. 51. Minute. Aber das gefällt mir, was die Jungs spielen. Nochmal die nächste Chance für uns jetzt. Musa Kali wieder. Der will es anscheinend jetzt hier wissen. Aus 12 Metern zieht er ab. Ein gutes Stück am Ball. Ach, ein gutes Stück am Tor geht der Ball vorbei. So ist richtig. 60% Angriffe über die linke Seite. Über Michael Stegmeier und Rudi Hübner. Ganz klar zu sehen. Musa Kali werde ich jetzt rausnehmen für Benjamin Bayer. Hier bleiben unsere Aufstellung da treu. Jetzt kommt Münster. Das ist eine gute Möglichkeit leider. Pfosten. Jetzt haben wir hier Glück. Jetzt haben wir hier Glück. Druckenbrot. Der hat auch mal in Siegen gespielt. Den kenne ich von da. Schon ein bisschen länger her. Nur mal so zur Information für euch. Das war eine Ecke von Nazarov. Ja, Münster wird jetzt hier ein bisschen forscher, was das Zweikampfverhalten angeht. Erster Wechsel jetzt für uns. Benjamin Bayer für Musa Kali. Jetzt haben wir wieder eine Möglichkeit. Benjamin Bayer sofort hier in Aktion stark auf der Costa. Ja, der wollte den Ball hier reingeben, bleibt aber hängen da an Thomas Gruppe. Jetzt knallen wir das Ding hier an die Latte. Kevin Schöneberg anscheinend ein eigener Spieler hier hat das Ding an die Latte gesetzt. Nach einer Ecke von da Costa. 70 Minuten jetzt fast vorbei. Ich würde fast sagen, dass wir vorne mal den... Ich würde gerne mal Zimmerman in den Sturm bringen. Für Stegmann. Na, alter da Costa. Die Ecken, die werden im Moment ein bisschen verschenkt, würde ich fast behaupten. Da haben wir jetzt Zimmerman für Stegmann. Der müsste mit seiner Schnelligkeit da vorne noch einiges erreichen können. Und da müssen wir mal schauen. Der Christian Beisel hat so eine super Note, aber der geht jetzt ein bisschen bergab mit der Frische. Jetzt wieder Münster. Ungenauere Reingabe von Sigert, Gott sei Dank. Bischof bekommt den Ball trotzdem noch in die Richtung Tor, aber natürlich kein Problem für unseren starken Torwart Jan Zimmermann. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Wir schauen ein bisschen. Ich stelle jetzt mal oben auf Zeitspiel. Sturmtank nehme ich mal raus. Wir haben noch eine Chance hier. Ähm, da ist er zum ersten Mal. Zimmerman. Aus 19 Meter frei zum Schuss trifft aber nur Benjamin Bayer. Das ist natürlich ungünstig. Ähm. Die Abwehr ist so gut drauf. Also ich würde eigentlich fast da nichts ändern wollen. Ich gehe mal gerade in die Mannschaft, da kann ich das besser gucken, weil Hübner ist ziemlich müde. Genauso wie Zielinski. Mal schauen, ob wir da jemanden haben, den wir da hinstellen können. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also vielleicht auf die rechte Seite, wo Zielinski steht. Könnte Benjamin Bayer hin. Das wäre also eher das Problem, dass wir dann im offensiven Mittelfeld... Gut, ich könnte Benjamin Bayer hier rüberziehen. Was hat er da? 59. Müssen wir das jetzt anders machen. Müssen einfach versuchen, das jetzt über die Zeit zu bekommen. Zielinski raus. Dafür kommt Dano Behrens ins Spiel, der das letzte Spiel begonnen hat. Und der Taktik natürlich noch ein bisschen was ändern. Der kann komplett zurückgehen. Geht auch nicht so weit vor. Ja, das kann er auch immer ruhig so lassen. Anweisungen. Er hat gar keine. Er soll einfach tackeln. Vorstöße nicht. Positionstreue auch ein bisschen enger natürlich. Zwangsläufig. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir bekommen sie über die Zeit irgendwie. 76 Minuten. Ich meine, Münster ist immer gefährlich. Vor allen Dingen vorne mit Taylor. Also da habe ich größten Respekt vor. Ist natürlich auch daraus ein bisschen geschuldet, dass die in der Wirklichkeit zu stark sind. Hier im Moment stehen sie auf Platz 16, haben einen Fehlschlag hingelegt. 78. Minute jetzt. Münster wird jetzt hier wieder ein bisschen aggressiver. Möglichkeit für Darmstadt. Glück hier für Preußen-Münster. Ein Schuss von Da Costa wird nur abgefälscht. Vielleicht fehlt das Tor noch knapp. Gute Vorarbeit hier von Behrens. Der fügt sich hier schon sehr gut ein. So, mal schauen, was da jetzt mal rumkommt. Hinten dicht los. Hinten dicht. Wir sind jetzt hier ständig in der Offensive. Zimmerman setzt sich da im 16er gegen Neupad durch. Ähm, jetzt Münster. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Ja, seit dem ersten Mal seit längerer Zeit steht hier gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Njaye lässt auf, ne, lässt hier Stegmaier aussteigen. Und zieht ab. Zimmermann, der Torwart ist da zur Ecke da. Ah, die haben jetzt hier starke Möglichkeiten, die Jungs. Muss man denen lassen. Also Pressing nehmen wir jetzt ein bisschen zurück. Einsatz natürlich volle Lotte hoch. Abwehrreihe ein bisschen zurück. Dass das jetzt nicht noch schief geht, ne. Das wären wichtige drei Punkte. Unsere Spieler sind natürlich jetzt müde. Ja, Taylor wollte da nur ein leeres Tor einschieben. Gegen Zimmermann hat es verfehlt, um Gottes Willen. Ja, es ist, äh, es ist amtlich. Also wir haben das Ding geschaukelt. Gehen wir sofort hier in den Nachbericht. Schauen wir uns das an. Gelbe Karte wegen Meckerns. Da will ich jetzt nichts machen. Also da hat er ein bisschen Zeit weggenommen. Da darf er ruhig mal meckern. Ja, gute Leistung auf jeden Fall auch von den Jungs, die hier von der Bank gekommen sind. Wir haben alles erreicht. Teamansprache, Statistiken, das war ausgeglichen. Stehen jetzt auf Platz vier mit sieben Punkten. Super. Ich bin sehr zufrieden damit. Der zweite 1-0-Sieg. Der Kampf hat gestimmt, sehe ich hier. Das stimmt richtig. Wir haben uns da richtig reingehauen. Leider keiner von uns hier in der Mannschaft des Tages. Da ist Marvin Dux. Sehr starker Spieler, den hätte ich auch gerne. Ja, wir waren die drittbeste Mannschaft an diesem Spieltag, was die Noten angeht. Super. Benjamin Bayer jetzt hier auf Platz drei bei den Notenbesten. Also was uns noch so ein bisschen fehlt, ist die Torgefährlichkeit. Werden wir aber natürlich daran arbeiten. Wir gehen mal weiter auf jeden Fall. Ich werde euch was Wichtiges zeigen, wenn was in der Woche passiert. Das seht ihr dann kurz zusammengefasst. Und wir sehen uns dann gegen Chemnitz. Ich muss mal schauen, entweder Textmodus oder Zusammenfassung im 3D-Spiel. Das schauen wir dann. Alles klar, bis gleich, Leute. So, ich bin jetzt hier auf dem Bildschirm der Fananleihen. Ihr seht, ich habe eine Fananleihenaktion gestartet. Das bedeutet, wir haben eine Laufzeit von zwei Jahren hier. Der Zinssatz liegt bei 5%. Einnahmen hatten wir 675.000. Das ist allein der Sache geschuldet, weil, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, das Budget hier auf der Seite, das war natürlich einfach so viel schon im Minus, dass man da einfach sagen musste, wir machen da was. Weil, da bist du mal schnell den Shop los. Was man hier noch sieht, Metalist Kharkiv aus der Ukraine will hier Denny Latzer kaufen. Wir verhandeln. Müssen wir einfach, weil wir haben leider keine andere Möglichkeit. Einen Neuzugang hat es auch gegeben, den ich sofort dann mal geholt habe mit dem bisschen Geld, was ich dann auf Transfers getan habe. Aber es ist Johannes Geis, der kommt von Kräuterfürth, den haben wir für 35.000, haben wir den ausgeliehen für ein Jahr. Der ist einfach defensiv, nochmal in Verstärkung. Ich fand nämlich, dass wir da mit zwei Positionen doch sehr dünn bestückt sind, auch wenn wir öfters mal mit der Doppeloffensive spielen. Genau so, für ihn habe ich auch ein Angebot abgegeben. Sander Post, Estnicher Stürmer, der spielt im Moment in Norwegen bei Alles und FK. Ja, der soll uns einfach vorne noch verstärken, weil wir da doch, ja mit dem Stegmann und Al-Bayrak, ja, doch eher dünn sind. Zimmermann könnte zwar auch da spielen, aber Tatara, aber das ist halt qualitativ nicht so das Wahre. So, das war es erstmal wieder. Wir gehen dann natürlich sofort weiter. Der vierte Spieltag, ihr seht es, er startet. Der Chemnitzer FC gegen den SV Darmstadt 98. 97.11. gegen Vierter. Da haben wir uns sofort das 1-0 eingefangen. Durch Tino Semmer, die Chemnitzer spielen mit einer Doppel, mit einem Doppelsturm. Ich will euch ja gerade mal zeigen. Und zwar Anton Fink, den wir noch aus Karlsruher Zeit von Bergl kennen. Und Tino Semmer halt, und der hat jetzt hier eingenetzt. Ich sage zu den Jungs natürlich, das geht so nicht. Einwurf, extrem langer Einwurf von Moutinho. Von der rechten Seite in den Strafraum ist fast schon eine Flanke. Mike Kegel verlängert. Timo Semmer ist da schneller als Danny Latzer. Vom Innenpfosten in der Reichweife Zimmermann über die Torlinie. Jetzt erste Möglichkeit für uns. Das Spiel ist anscheinend sehr kampfbetont. Hereingabe von Kali, etwas zu nah fürs Tor. Pentke hat das Ding sicher. Der Torwart der Chemnitzer. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht unter die Räder geraten. Die Mannschaft ist stark. Also Chemnitz, die stehen zu weit unten meiner Meinung nach. Da ist der Ausgleich. Super. Elton Da Costa, wichtigster Mann für uns auf dem Platz. Kapitän und Spielmacher. Nick deine Flanke von Sebastian Zielinski von der rechten Seite ein. Pentke sieht da ganz alt aus. Der da auf der Linie kleben bleibt. Kann uns egal sein. 1 zu 1. Da haben wir das ganz schnell wieder umgebogen. Bin ich wirklich sehr begeistert von der Mannschaft. Die sich da nicht am hängen lassen. Jetzt nächste Möglichkeit. Rudi Hübner von links in den Strafraum. Der Chemnitzer Stegmann ist eher am Ball als Wachsmut. Und den anschließend von den Beinen holt. Schiedsrichter hat nichts gesehen. Schade. Das ist natürlich dann eine Möglichkeit verpufft hier. Vielleicht durch die Elfmeter in Führung sogar zu gehen. Gelbe Karte jetzt für den Chemnitzer Moutinho. Der hat da Zielinski abgeräumt. Munterer Eröffnungsphase. Hier steht es nochmal. So kann das weitergehen. Ich befürchte aber, dass das jetzt ein bisschen einschläft. Hätte ich auch nichts gegen. Weil unentschieden in Chemnitz ist nicht schlecht. Jetzt haben wir hier eine gute Möglichkeit. Glück für Chemnitz. Guter Stellplatz von Hübner. Elton Dacosta kommt im Strafraum an den Ball. Legt da zurück. Auf den die Latzseite zieht sofort ab. Ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Schade. Aber gutes Spiel von uns. Wir haben das wirklich sehr gut weggesteckt. Markus Stegmann geht hier zu Boden am Strafraumrand. Einmal davor. Einmal auf der Linie. Aber der Schiedsrichter lässt wieder weiterlaufen. Also der mag uns hier nicht in dem Spiel. Rathai wird auf der rechten Seite steilgeschickt. Legt dann rüber zu Markus Stegmann. Aber Wachsmut klärt da. Voll im Stürmer. Ecke von rechts Dacosta. Also jetzt nur noch Darmstadt hier. Extrem scharfe Ecke von Dacosta. Cem Islamoulo aus 8 Metern in die dritte Etage. Ai, ai, ai. Den kann man auch mal machen, Freund. Jetzt wieder Chemnitz nach langer Zeit. Das wäre natürlich jetzt ein Witz, wenn die führen würden jetzt. Freistoß von Dennis Grote. Also die sind immer gefährlich, seine Freistöße. Den kenne ich noch aus Bochum damals. Auf Timo Semmer gezogen. Der hat den Ball Volley genommen. Und haben wir Glück, dass das nicht 2-1 war. Für den Chemnitzer FC. Chance wieder für uns. Kurze Doppelpass im Strafraum der Chemnitzer. Der Elton Dacosta schließt ab. Philipp Pentke hier zur Ecke. Wahnsinn, wie wir hier zurückkommen. Musa Kali, dem ich das Vertrauen gegeben habe. Einfach wieder zur Doppel-6... Ach, Doppel-6, Blödsinn. Zum Doppel-Offensiven Mittelfeld. Ich bin jetzt hier komplett durch den Wind. Gegeben habe. Neben Dacosta. Und es scheint beiden gut zu tun. Dacosta eine 1,0. Und Musa Kali mit einer 2,0. Jetzt das Tor nach der Ecke. Stegmann verlängert. Musa Kali dreht sich. Zwei Verteidiger können ihn nicht hindern. Trifft flach aus dem Gewühl. Zielinski mit Schwung in den Strafraum. Wird dann beim Abschluss von Stenzel, dem Chemnitzer, bedrängt. Ja, der Ball geht als Abprallerns aus. Abstoß. Aber wir lassen hier nicht locker. Nächste Möglichkeit. Danny Latza auf Musa Kali mit dem langen Ball. Pentkei aufgepasst. Danny Latza, das ist ja so eine Sache. Der hat ein Angebot aus der Ukraine. Von Metallist Kharkiv, die natürlich Champions League spielen. Möglichkeit hier für Chemnitz nochmal vor der Halbzeit. Moutinho wollte hier 1 gegen 1 gegen Islamoglu gehen. Der aber das Ding hier klären kann. Nochmal Chemnitz jetzt. Wir sollten das Ding jetzt hier wirklich mit der Führung in die Halbzeit bringen. Das wäre super. Verwirrung im Strafraum. Da haben wir Glück. Für Jan Zimmermann, unser Torwart, ist da zur Stelle. Unsere Verteidigung ist sehr, sehr schlecht. Islamoglu, Beisel und Ratai hier mit einer 5. Das ist indiskutabel. Na, jetzt haben wir wahrscheinlich das 2 zu 2 vor der Halbzeit. Ja, da ist es auch. Das hat sich abgezeichnet. Also wir haben mit der 39. Minute hier aufgehört, Fußball zu spielen. Das ist ärgerlich. Das geht so nicht. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Stegmaier greift da nicht ein. Beisel fälscht den Ball noch etwas ab. Ja, hoppelt der Ball ins Tor. Also das ist bezeichnend. Also wenn man die Defensivleistung sieht, das ist ja grausig. Da täuscht auch nicht das gute Spiel vorne. Ja, lasst uns genau so weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Auf jeden Fall torreiches Spiel. Man kann mal hier nicht anders sagen. Ich kritisiere die komplette Verteidigung hinten. Das ist auch nötig. Also noch so eine Halbzeit können wir uns nicht leisten. Dann werden wir hier verhauen. Weil die nutzen die Chancen. Die hatten nicht viele, aber haben die Dinger genutzt. Also Stegmann massieren. Ich gehe sofort so weiter. Ändern da gar nichts. Spieler aufwärmen. Ja, jetzt müssen sie sich hier ein bisschen am Senkel reißen. Die Spieler der Darmstädter. Unsere Mannschaft. Möglichkeit für uns. Der Ball kommt auf Nusser Kali, der den Ball über 30 Meter nach vorne trägt. Auf Stegmann. Pass, der dann schießt. Aber Wachs mit diesem Weg. Ecke für uns. Mal schauen. Ja, da kommt nichts bei raus. Wieder Wachsmut hier beteiligt. Gegen Stegmann im Kopfballduell. Sag mal weiter so. Das hat ja nicht schlecht angefangen jetzt nach der Halbzeit. Nur wenn es dann halt so aussieht wie eben, dann machen wir das Spiel und die Chemnets ja die Tore. So, wer ist denn hier besonders müde? Noch niemand. Benjamin Gorka, Abwehrspieler. Ich könnte ihn für Beisel ins Spiel bringen. Was ich glaube ich auch tun werde. Chance für die Chemnetser Moutinho hier im Mannschaftsstil nicht zu. Anton Fink, der immer gefährliche Stürmer, der verzieht hier überhastet. Benjamin Gorka für Christian Beisel, der eigentlich eine super Form hatte. Ähm, hat man auch in der, zwischen, zwischen den Spielen gesehen, ähm, im Zwischenbericht. Also, der hatte wirklich eine klasse Form. Deswegen ist es ein Wunder, dass der jetzt hier so abstinkt eigentlich. Hätte ich mir mehr erwartet. Ähm, Hugo Albeirak, vielleicht ihn mal vorne in den Sturm bringen. Für den, jetzt haben wir eine Möglichkeit, für Markus Stegmann, der zwar eine Zwei hat, aber mittlerweile auch müde wird. Gute Möglichkeit für uns. Stegmann bedient Rathai, den Rechtsverteidiger. Der wollte ins lange Eck schlenzen. Da ist aber Pentke. Ach, Ecke für uns. Auf den Elfmeterpunkt kommt der Ball. Philipp Pentke, ich weiß, ob soll er rauskommen oder nicht. Gorka kommt zum Kopfball, der eingewechselte Spieler, verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. Ich sag weiter so. Jetzt kommt auf jeden Fall der, ne, Hugo Albeirak für Markus Stegmann. Chance für Chemnitz jetzt hier. Wieder Verwirrung im Strafraum. Da haben wir unser Problem, ne? Benjamin Förster, der junge Stürmer, zieht aus Kürzester Distanz ab. Aber Jan Zimmermann ist hier zur Stelle. Jetzt kommt Albeirak ins Spiel. Mal schauen, er hat jetzt knappe 20 Minuten Zeit, um hier seine Bewerbung abzugeben. Mal gucken, den haben wir denn noch. Benjamin Bayer könnten wir für Kali noch einwechseln. Obwohl der wirklich gut spielt, kann man ja nichts gegen sagen. 79. Minute, das müsste dann jetzt der letzte Wechsel für uns sein. Exakt so ist es auch. Benjamin Bayer zum zweiten Mal jetzt eingewechselt nach dem Spiel in Münster. Da hat er es nicht so richtig zeigen können. Also die Offensive ist bei uns wirklich sehr stark. Jetzt riesen Chance in Chemnitz. Ich vermute, das sind die, ja, für den Chemnitzer FC. Das kann natürlich jetzt bitter ausgehen. Benjamin Förster ist durch. Hat nur noch Zimmermann vor sich. Ich hoffe, der hält das Ding. Legt den Ball vorbei. Aber Zimmermann hat ihn. Klasse, Junge. 81. Minute. Riesen Chance für Chemnitz hier. Eieiei, da hätte es doch gerne gut und gerne schief gehen können. Und wir hätten nach der 2-1-Führung nur 2.5-Jahre dann jetzt hier hinten gelegen und wären dabei gewesen, das Spiel zu verlieren. Konzentration, Leute. Dass wir das hier jetzt nicht von aus der Hand geben. Moutinho verletzt hier. Zielinski spielt das Dingens aus. Wir haben noch 5 Minuten knapp. Also die Chemnitzer, wir haben es ja eben gesehen. Ah, wie auch die Möglichkeit für uns nach einer Ecke. Schwer zu nehmen, der Ball für Al-Bayrak, den neu eingewechselten Stürmer. Die Ecke kommt zu ihm. Er ist überrascht. Ja, kann dann die Ball nicht platzieren. Er ist ärgerlich. Ja, unsere Mannschaft wirkt wieder müde. Man muss ja nur mal vorne hingucken. In die Offensive, was die sich da plattgerannt haben. 3 Minuten Nachspielzeit. Das ist ganz böse. 2 Minuten, da ist es zu Ende. Also mit diesem 2 zu 2 kann ich eigentlich leben. Das war ein munteres Spiel. Ging hin und her. Wir gucken mal in den Nachbericht. Geht raus und spielt ordentlich Fußball, habe ich gesagt. Es ist eingetroffen. Genauso wie, lasst uns so weitermachen. Das war natürlich dann blöd, kurz vor der Halbzeit das 2 zu 2 zu kassieren. Aber ich bin mir sicher, dass Chemnitz am Ende um den Aufstieg mitspielen wird. Also von daher in Chemnitz so ein Ergebnis. Das war auch wirklich ausgeglichen. Ball ist jetzt natürlich auf Seiten der Gastgeber. Wir beenden den vierten Spieltag auf Platz 5, was aller Ehren wert ist. Also mit der gleichen Punktzahl wie der führende SV Babelsberg 0-3. Da haben wir schon gegen gespielt. Wir haben schon gegen Unterhaching gespielt. Die sind weiter unten. Chemnitz auch weiter unten. Genauso wie Münster. Also von der reinen Tabellenform würde das bedeuten, wir haben nur gegen schlechte Mannschaften gespielt. Ausnahme Babelsberg. Ja, hier steht nichts besonders wahnsinnig. Chemnitz hat sicher nicht schlecht gespielt. Das stimmt, würde ich auch so sehen. Spieltagstatistik. Haben wir einen Spieler in der Mannschaft? Ne, Dennis Grote ist hier drin, der das 2 zu 2 gemacht hat. Teamleistung. Ja, war in Ordnung auf jeden Fall. Siebter Platz von 20. Also da sind wir wirklich nicht schlecht gewesen mit der Note. Also die Verteidigung hat sich so ein bisschen vermasselt. Also die Offensivnoten waren wirklich super. Hier sehen wir jetzt Jan Zimmermann. In den Notenbestenwertungen steht er jetzt auf Platz 17. Fairplay. Also wir werden wahrscheinlich ziemlich weit unten sein. Ja, Platz 15. Schon sieben gelbe Karten. Ja. Ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme für das erste. Der dritte, vierte Spieltag sind vorbei. Das heißt Folge 3 im Let's Coop ist vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie meine werten Kollegen das weiter gemacht haben werden. Die ersten beiden Spieltage waren ja für alle sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob sich der Trend fortsetzt oder ob es jetzt erste Schwächungen gibt, wo der ein oder andere schwächelt. Bin gespannt. Also wir sehen uns dann zum fünften Spieltag wieder. Mal schauen, ob das ein 3D-Spiel vielleicht mal wird mit Highlights und so weiter. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis denn. Ich freue mich auf jeden Fall.